Paluten LP Oh Paluten ist in der Runde Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und äh ja Heute dachte ich mir ich bin mal wieder eine Runde Bad Wars Ich hab ja leider zwei Wochen kein Video hochgeladen weil Oh meine Spieler sind unsichtbar Oh man ich sollte vielleicht die Minimap ausmachen Ähm ich hab ja jetzt schon zwei Wochen kein Video mehr gemacht Das liegt daran weil ich einfach keine Zeit hatte Und ich hoffe ich hör mich nicht zu krank an Denn ich bin nämlich krank und hab äh bisschen Schnupfen Aber ich hoffe doch mal das ist nicht zu schlimm und ja äh Montag kommt denke ich mal wieder ein MC Ein MCPE Update Video und da äh werdet ihr euch bestimmt freuen Denn da gibt's wieder richtig coole Informationen Und äh irgendwie hört ihr auch nicht auf äh zu Zu Dingsen zu programmieren und neue Sachen hinzuzufügen und Warum haben die hier den Weg abgebaut Äh ja Also ich werd auch Junge was ist das Report Report Junge Hurensohn Junge Hurensohn ey richtig Ups Ja nice ich äh Bin sowas von oft äh an die League of Legends ähm Steuerung gewöhnt Richtig ich schreibe nämlich immer also bei League of Legends schreibt ja äh Lied ähm ja bei League of Legends schreibt man ja mit ähm also man geht damit äh die Enter-Taste zu drücken da kann man schreiben und ich drück da und die Enter-Taste und nicht Tee Ich glaub das ändere ich auch mal So irgendwo muss das ja sein Oh man ich hasse Spaß den Bad Wars und deswegen spiel ich auch nicht mehr so oft Bad Wars Denn ja Ja So entspasst Okay ich bau mich jetzt mal rüber Jo Was ist das Jo Ich bau mich jetzt hier hoch So Ich bau mich jetzt hier hoch und dann Bau ich mich rüber ey Jo So eine Nudel Okay ich hör auf sagt er Naja Toll jetzt haben wir Gold verpasst Naja Oh man ich hab so lange kein Bad Wars mehr gespielt aber Ja ich find äh langsam wird Bad Wars auch ein bisschen langweilig für manche vielleicht nicht Weil sie äh jetzt noch nicht so lange Bad Wars spielen aber ich spiele es ja schon seitdem es rausgekommen ist Und Ja ich spiele lieber mal andere Sachen wie RPG oder so Äh kennt eigentlich irgendjemand von euch den Server Windcraft ich glaube den kennt schon mal ein paar Äh schon ein paar denn ähm Der ist ziemlich cool und ist der krass der RPGs-Server wie ich finde Und ja Oh die haben mir was neues hinzugefügt Edit deine Freunde, erstell Partys oder Gründer deinen eigenen Clan Okay Das ist auf jeden Fall noch neu auf Gomme ich bin ja nicht so auf Gomme Weil der einfach überfüllt ist immer Und ich wurde gerade also eigentlich wäre ich jetzt in einer äh hier in einer anderen ähm Runde Aber das äh da wurde ich dann direkt die letzten paar Sekunden gekickt Ach man ey Bad Wars Ach man ey Bad Wars So Das sieht aus wie Paluten Oh ich hab dich runtergekickt Ah nein So ist schlecht Okay Ich hab noch überlebt Aber was mach ich jetzt Ich kann ja hier nichts machen Ich muss ja von unten rein Und da ist ein Paluten LP Oh Paluten ist in der Runde wie man sieht Und Ah scheiße Ah scheiße Ja come on Ähm Ah ja So ne kleinen Loops die sich dann immer Paluten LP nennen Oder Was weiß ich Immer diese Nachmacher Die finde ich jetzt nicht so cool Oh das ist gar nicht mal so ein schlechtes Schweres Level 2 Ja nehm ich mal Und dann hol ich mir auch gleich mehr Essen Eigentlich sollte ich mir immer Rüstung holen Das mach ich jetzt auch mal Und dann geh ich mal in die Mitte Und rasier da alles Welche Farbe sind wir Was ist das denn für eine Farbe Sieht man so scheiße Das ist grün Lol Als wird das grün ist Das sieht man fast gar nicht so Jetzt hol ich mir noch ganz schnell Schuhe So Und ich dachte mir Ich krieg ja in einer Woche mein neues Handy Und dann Ähm mach ich mal wieder ein Mod Äh also ein Mod Video Und ich hab mir schon gedacht welchen Mod Also ich hab mir schon Gedanken gemacht welchen Mod ich hochlade Und das ist äh ja Ein sehr sehr krasser Mod Und den werdet ihr aber auch erst Also ich werde dir nicht verraten welchen Mod ich hochlade Ähm das soll ne Überraschung bleiben Und ich glaub das ist jetzt auch nicht so schlimm Okay Sozusagen ist das dann mein Entschuldigungsvideo Das zwei Wochen kein Videos Äh kein Das zwei Wochen keine Videos ähm mehr kam Und äh Ja jetzt kommen glaube ich denke ich mal Müsste ich eigentlich hinkriegen ja doch Ähm regelmäßig Videos wieder Und äh in den Ferien werde ich auf jeden Fall ganz viel Äh ganz viele Videos machen Denn dann Äh da hab ich auch ganz viel Zeit Oh shit Und Ach so Geht das von uns Äh wurde da oben schon zugebaut Ähm Ja wenn man das zubauen nennen kann Dann ist das zubauen Äh hab ich Ja okay wir sollten uns vielleicht Kisten holen Also lieber Kisten hier verbauen Ups Ich glaub es war jetzt äh jetzt grad äh richtig laut für euch Mal gucken wir also Mal gucken wir also Ich hab grad äh Na ich weiß nicht schneid ich das aus oder schneid ich das nicht raus Das ist hier die Frage Und mal gucken Wahrscheinlich werde ich das rausschneiden Also ich hab grad gehustet Und äh Okay ich baue jetzt mal die Sachen mit Kisten zu Ich glaub das ist am besten So Äh ich brauche mal 5 Kisten Nämlich Ja doch eigentlich Ne ich brauche noch ein paar mehr Ich glaub äh 1 2 Also 5 schon mal 6 Und 7 und 8 Okay 8 ähm Kisten brauche ich Und ich hab noch Also ich brauche jetzt noch ein Eisen Okay kriege ich jetzt noch ein Eisen Bitte 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 da reisen Perfekt Und ähm Ich glaub da kommt jetzt auch niemand so schnell hoch Achso ich muss ja noch Kisten kaufen Und Okay So Äh das kann ich ja alles mal abbauen Wer nennt sich denn hä Jolo Creeper wurde von sexuell getötet Nice Ja Paluten Ja Paluten Äh Jolo wurde von Ja okay Sexuell getötet Ach scheiße ich wollte es mit Ja toll jetzt hat mich das so abgelenkt dass ich hier Die Kisten nicht platziert habe Ach Okay Das schaffe ich aber noch Ich muss nur mal ein paar Gegner killen Bestens so damit die Runde auch bisschen spannender wird Und Ja Okay da noch Eine Kiste Hä Kann ich denn hier keine Kiste setzen So Jetzt geht's Jetzt mach ich das hier noch zu Und Dann muss es gehen Dann kriegen die hier nicht Also kommen die hier nicht mehr so schnell durch Und Dann vielleicht hier oben nochmal Damit hier auch alles zugehört ist So So Und jetzt auf in die Schlacht Okay Home Grover Oh Shit 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 Ach so Ich sollte mal ein bisschen block hitten Er hätte mich fast bekommen Ähm Ist die Mitte safe also ist da gerade jemand ich glaube nicht oh neun gold habe ich einfach Schnell mal ein paar Sachen in die Kiste stellen Naja Ich musste grad schon wieder wussten Ach man Schlimm wenn man krank ist im Winter Äh Ein Bogen wäre auch nicht mehr ganz verkehrt So Und dann jetzt noch hier einen Pfeil Kriegt man hier einen Pfeil da So den packe ich mal hier hin den Bogen Oder Da ist ja noch mehr Gold Dann Brauche ich mir eine Eisenspitzhacke Oh Hier ist noch ein Gold Ja komm ich baue jetzt eine Eisenspitzhacke Da Okay So jetzt packe ich mal noch ein paar Sachen weg Das brauche ich zum Beispiel nicht Hier die ganzen Sachen So Blöcke kann ich noch brauchen Kisten brauche ich nicht Und Äh also brauche ich doch nicht so viele Brauche ich doch nicht so viele Kisten Okay egal Ähm Oh ich gehe lieber mal hier oben lang Pro Danax Oder Pro Denex Ich lese mir immer die Namen durch Weil manche sind echt beknackt Oh Junge abgesch- äh Äh richtiger Sniper will ich so Kiel so Rassur Äh weiter oh schaltet Scheiße da ist noch jemand Und Treffe ich den nicht Nein was mache ich warum spanne ich denn den Bogen so weit auf Warum Warum Mann das ist doch so schlecht Man spannt doch nie den Bogen so weit auf wenn man so im Nahkampf äh ist so Also jetzt so im Nahkampf schießen Ach man Schlecht gemacht sowas von schlecht gemacht einfach nur von mir So ich hole mir jetzt auch nur noch einen Bogen schnell Oh oh Schnell noch den da oben kommen Schnell noch den da oben kommen Okay Oh ganz schnell ganz schnell so Ach der ist tot okay Dann hole ich mir mal Rüstung und neue Ausrüstung Denn sonst kann ich hier nicht wirklich viel machen So hier nochmal warte ist hier noch was drin ne Gold Oh ja nice Okay dann äh bau ich mir gleich noch ein Eisenschwert So Rüstung So Rüstung So Rüstung So Rüstung Äh nice Brustpanzer So Und dann zieh ich mal mit Rüstung an Oh scheiße oh scheiße Oh fuck Das mach ich denn ich hab nur nur einen Bogen Lol Hat der ist der grad geflogen? Hab ich grad richtig gesehen? So So nice Oh Na oh scheiße Oh nein oh nein oh nein Ich hab kein Schwert Ist hier irgendwie ein Schwert Ja Hier ist ein Schwert Okay der geht vor weil ähm Ach man Dann Oh schlechte Entscheidung Schlechte Entscheidung Ähm Dann bleib ich mal lieber hier vorne Denn Sonst werde ich hier noch getötet Weil die mich die ganze Zeit abschießen Da hoffe ich jetzt kein Bock Heiße der geht auf mich der geht auf mich Lilton von hinten Nice Ah fuck Oh zwei konnte ich eliminieren Oh nein oh nein oh nein Fuck Oh fuck oh fuck wir brauchen Verstärkung Los YoloCraft Ich hab kein Schwert Oh fuck oh fuck oh fuck Los zu stellen Schwert Crofton Äh Oh nein oh nein Nein wir werden jetzt sowas von verrecken Äh Mann scheiße deswegen muss man sich immer Kiste äh Schwert an die Kisten packen Oh nein Ja das Bett wurde von uns zerstört Und was mach ich jetzt so Versteck mich ich renn weg Oder ich renn nicht weg sondern Ich versteck mich hinter der Wand denn Äh Ich sag die ganze denn Mann Oder ein Schlechte Entscheidung Warum ist da so ein Ach nein Warum hat er die zu mir gelockt Ich hätte das nur noch Hätte doch noch was machen können Ist der dumm Nein warum Ach schade Oh man Deswegen packt man sich immer schwerter in die Kisten Ah Okay wenn euch das Video gefallen hat dann lasst doch bitte eine Bewertung da Würde mich mega freuen über ein Abo denn ich würde auch mal bald die 100 Abo schaffen Und äh was ich auch noch sagen wollte ich freue mich auf jeden Fall mega dass ich Äh die ganze Zeit ähm äh hier weiß es also ich freue mich auf jeden Fall dass ihr mich dauernd abonniert Jetzt in der letzten Zeit wo ich vor allem ähm nicht online war Hab ich einfach irgendwie 7 Abos bekommen oder so Da hab ich mich auf jeden Fall mega gefreut und ja äh bis zum nächsten Video lasst ein Like da und so und ja ciao Ciao